ja das muss ich glaube überlegen war das sollten wir nicht irgendwo hinfliegen ja wir sollen da rein dann machen wir das aber da können wir uns erst mal ein bisschen umgucken hier ein bisschen schnacken also wer ist dieses hier zu der wir wollen eine mentorin von mir sie hat mich auf braker vor dem imperium gerettet und dann durch die halbe galaxis geschleift ihr habt wohl einiges durchgemacht ja es lange her seit ich sie gesehen hat ach das hat man schon angeguckt den ganzen kram wie fühlt es sich an wieder auf der mantis zu sein gut ich denke drüber nach einem barra fisch mit curry zu machen die küche ist in einem besseren zustand als der rest des schiffs kleiner sie wurde weniger benutzt nachdem du weg warst das überhaupt keine gewürze verbraucht worden hast du in den letzten jahren einmal eine anständige mahlzeit gekocht ich bin als koch nicht halb so gut wie du gris und als pilot vielleicht nur zu dreiviertel sehr freundlich aber bei der ersten gelegenheit mache ich dir eine portion von urgroßmutter payloons um mein lieblings gericht kann es kaum erwarten klingt gut umbra hack ok wo soll man hin ein zeus wunderschönen guten abend na alles gut alles fit im schritt ja heute geht's heute geht's ganz wochenland irgendwie flach gelegen also psychisch und heute geht's einigermaßen heute geht's gleich mal ausnutzen also ich kann momentan nicht garantieren dass das streamingplan bestand hat muss halt tag für tag gucken wie es funktioniert schau mal ich hab doch gerade mit dem holetisch interagiert aber da kommt jetzt der anruf also wie ich schon im discord geschrieben habe twitch ist nicht das problem aber das ist das ende der kette von vielen schlimmeren verkettungen was dann darunter leidet was sehr schade ist vielleicht sogar die ganzen monate mal schauen mal schauen ich bin gespannt was sich ergibt das sind private probleme die mich nicht schlafen lassen nachts dadurch bin ich in meinem hauptberuf ziemlich geschlaut ziemlich fertig kommen wir nach hause und bin völlig am arsch ich liege nur auf der couch rum das ist eigentlich was was ich gar nicht so mag aber es geht einfach nicht anders im moment es ist es ist schwierig landeplatz in den ruinen pass auf dich auf keine sinnlosen heldentaten ok hast du märchen über mich erzählt ich habe außer dir noch viele andere gesprächsthemenkleider und bin hier soweit alles in ordnung fleißig am warthunder und fortnight zocken ich wollte nur sicher gehen dass du okay bist was denn glaubst du ich bin nicht okay deine hände haben bei der landung gezittert du hast bei der landung meine hände beobachtet das ist gruselig mhm okay dann gucken wir uns den laden mal an hier hat sich da schon wieder was versteckt ne 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 ich habe ein bisschen screen tearing ja wie gesagt entweder experience war der meinung die müsste da mal ein bisschen aufräumen in die grafikeinstellung schauen wir mal ich habe die letzten fünf tagen gerade mal acht stunden oh gott was was bei dir los suchen wir es hier ein bisschen im stress oder treffpunkt liegt vor oder was los ein käfer zwei käfer zwei käfer aber ich muss gar darüber gar nicht hier hoch okay ja so geht es aber nicht hier egal wir sind da schnipp achso nintendo 3ds ja ich habe gestern habe ich auch endlich mal mit el chapo angefangen habt ihr gleich die komplette erste staffel durchlaufen lassen morgen trinke ich mal ein bisschen vor und nach der schule aha was habt ihr für eine für eine party was für eine veranstaltung zeit für eine kletterpartie geht jemand was vorsichtig sein wo geht es hin darüber so erstmal die abkürzigen ja freischalten was würde nicht mehr klettern müssen du brauchst mal stress minderung und das soll ich sofort die schule biß schon soweit recht übe kommen wir sehen uns das mal genauer an und durchatmen kurz speichern aber jetzt hier die sandwürmer von jun zu dem altar kommen wir jetzt nicht unbedingt dann gehen wir mal hier ein bisschen springen oder wie ging das noch sehr sehr wichtig um 6 kann man machen klar wie benutze ich noch den haken ich hab's vergessen ich glaube so war das okay ich spring mal ihr wollt glück gehabt und hier kann ich runter dort oder wie oder was wahrscheinlich okay vielleicht doch nicht unbedingt schnipp schnapp drei kleine klopfer und die trinke ich nach der schule mit einem kleinen sekt und zwei beer ja das ist aber geil mit ein paar kumpels zusammen wenn wir das licht brechen wir das lager ab wir haben kaum noch wasser wenn wir keine oase finden erreichen wir die pilgerbrücke nie muss ich die sieht aus wie eine schriftrolle wie lange die wohl schon hier liegt tschö schon eine weile ist so was wird auf der arbeit bestimmt auch mal gut tun so ein schlückchen klettern kurz die lage checken die stützen da kann man hangeln hier kann man hangeln da geht es um ecke okay da denke ich mal hätte ich dann doch hier lt drücken sollen haupte ich jetzt mal einfach mal so war dies war viel zu viel weiter komme ich auch nicht wenn ich dann zurück kommen doch trinken gute idee herrlich herrlich so dann lassen wir eben die lage checken hier tatsächlich da ist er so genau so viele punkte ach so kanalpunkte da müssen wir sich mal ein paar sachen einfallen lassen was man alles machen könnte wenn die den hast hau raus das ist gar nicht der weg gewesen muss jetzt ja da brauchen wir noch ein paar ideen wo uiuiui da da was hier denn los zerspitterte tradition besiege alle gegner mit ein mit was nicht nicht Warum? Und mit dir? Und was mit dir? Boom. Okay. Verwundet, bruchstückhaft. Als würde etwas fehlen. Was immer ich getan habe. Es scheint geholfen zu haben. They call me the Wanderer. Yeah, the Wanderer. Aber auch hier geht es nicht weiter. Alter, bin ich hier völlig unnötig rumgekraxelt. Sieht so aus. Ah, doch, ist wieder so ein Fliege-Teil. So ein möchte gerne Avatar-Dingens. Guck mal, hier muss ich doch hochspringen können, oder? Warte mal. Kann ich hier klettern? Nee. Das reicht doch niemals. Nee, tut's auch nicht. Gut, vielleicht muss ich das auch gar nicht. Okay. Gehen wir mal weiter gucken. So, dann kriegen wir es zu looten, bevor wir da weiter rennen. Nee. Hm. Okay, wo sind die hin verschwunden? Hoppala. Durch welchen Eingang. Hm. Okay. Ich gern mal. Okay. Das war der Eingang, oder? Oder nicht? Nein, hier. So, trotzdem erstmal gucken. Ich glaube, ich will an den Schrein da hinten hin. Wo komme ich denn, wenn ich da durchgehe, hier? Nur eine Lichtschwertfarbe. Welche? Lila. Meinst du, wir sind hier sicher? Eigentlich schon. Oh. Moin. Alter, Flammenwerfer. Aber wie geht das noch? Weiß. Okay. Ich habe das lila oder violett, oder wie man es nennen will, genommen. Weil das so meine Farbe ist. Sei es auf Twitch, oder T-Shirts. Ich mag die Farbe. Und ist die Farbe der Einsamkeit. Ist ja auch recht passend. Vielleicht kann jemand in C.S. Basis was damit anfangen. Maybe, baby. Whoa. Oh, 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 oh. Okay. Da hat er mich gehabt. So. Liegt da gar nichts. Ich will da aber trotzdem hin. Guck mal, da geht es noch hoch. Okay, dann will ich da trotzdem erst mal hin. Sieht aus wie eine Gebetsmühle. Sieht so aus, ja. Oh Gott. Komme ich hier auch wieder weg? Ohne drauf zu gehen. Klar. So. Jetzt müssen wir da hoch. So die Frage, wie hier war kein Aufgang oder so, ne? Ne. Wer baut denn sowas? War hier noch eine Möglichkeit? Ne. Okay. Dann. Gucken wir uns das mal hier genauer an. Also Screen Tearing, äh, nervt schon. Ähm. Okay. Geil. Wie? Komme ich hier jetzt hoch? Von der Seite war ja nichts, ne? Aber nichts. Okay. 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 War auch nicht. Hm. Wow, wow, wow. War schon knapp. Muss ich mal so zugeben. Okay. Wie zum Gaia-Kombat da hoch. Wir müssen doch da hoch, oder? Da hätten wir ja nichts, ne? Hier sehe ich jetzt auch nichts Kletterbares. Was macht denn das Ding hier? Ähm. Wie mache ich noch? So. Ich da hin. Da hin. Hm. Aber guck mal. Da kann man ja aber schon hier oben drüber hüppen. Ja, da oben die Teile. Der Felsen sieht da geil aus. Wie ein Gesicht. Seht ihr das? Warte mal. Ähm. Kann ich damit gescheit zählen? Naja. Wie so ein Alien-Gesicht. Von, äh. Mass Effect. Ja, sieht fast so aus, als müsste ich da hinten hoch. Jo. Ne, hier über die Teile drüber hüppen. Ne, das reicht hier aber auch nicht. Das reicht hier ja auch nicht. Damn, boy. Was macht das Ding eigentlich für Geräusche hier? Nach dem Sprung drüben könnte man eventuell noch schaffen. Boah. Okay, ich probiere es einfach mal. Oh, oh, ich höre es. Die Karte, den Weg weisen dir wird. Oh, grün. Hier, Zoom. Offener Weg? Dann ist es doch das, wo die vorne drin verschwunden sind, ne? Okay. Gucken wir mal. Gehen wir aber erstmal aus dem Weg hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.